Infernung ist ein ungewöhnlicher Studiengang, der Menschen aus den unterschiedlichsten Berufsfeldern zusammenbringt in einem Fernstudium und sie darauf vorbereitet, in Jobs nachher zu arbeiten, die im Grunde genommen den Klimawandel managen. Und das auf eine sehr gute Art und Weise berufsbegleitend. Und das ist uns so wertvoll, dass wir es in Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet haben.